Hallo, grüßt euch. Sonntag ist Video. Wir stecken mitten in den Infektionskrankheiten. Aber für die, die mich kennen, wissen, ich muss immer noch ein paar Takte vorher sagen und das tue ich heute auch. Auch wenn es vielleicht der ein oder andere zu langatmig findet oder wie auch immer, das ist mir wurscht. Wem es nicht gefällt, der muss es sich nicht anschauen. Trotzdem möchte ich mich definitiv nochmal bei all denen bedanken, die mich hier auch finanziell unterstützen. Wie gesagt, ich blende es immer unten ein. Ich werde diesmal vielleicht auch ins Video einblenden, dass wenn ihr Lust habt und mich unterstützen wollt bei dem Videodreh, dass ihr mir, ja dann habt ihr die Möglichkeit über PayPal das Ganze zu machen, so rum, auf lindnerulli.web.de. Ich blende es wie gesagt unten nochmal ein bzw. habe es ja in den Kommentaren unten mit drin stehen. Genau. Ihr seht, und das ist mir auch wichtig, dass ihr das bemerkt, dass also schon einige mich unterstützt haben und das finde ich super und da bedanke ich mich ganz sackrisch bei allen von euch und ihr seht hoffentlich an der Qualität des Videos und des Tons und ihr merkt, ich habe kein Lavaliermikrofon an, dass ich das Geld auch wirklich in dieses Equipment stecke, um eure oder die Videoqualität zu verbessern und um euch das Erlebnis mit mir und meinen Erklärungen und den Videos eben ja noch schöner, noch besser, noch toller zu gestalten. Also, das soll es auch schon für die Einführung gewesen sein. Ich möchte ja nicht extrem langweilen. Ja, nein, alles cool. Jeder darf das sagen, was er möchte. Ich bin da relativ chillig bei sowas. Alles cool. Heißt, wir starten heute weiter in unseren Infektionskrankheiten. Wir stecken mitten im Paragraph 6, haben die Hepatitiden jetzt alle durchgesprochen und stecken jetzt in den Enteropathisch-Hämolytisch-Urämischen-Syndrom-Problematiken drin. H, aber HUS, also abgekürzt, Hämolytisch-Urämisches Syndrom, HUS, daher kommt das. Enteropathisch, da kommen wir noch dazu, hat was damit zu tun, weil es über einen Gastrointestinaltrakt, also über einen Verdauungstrakt geht. Eine Krankheit, beziehungsweise zumindest ging es mir so, im Bereich des Lernens der Infektionskrankheiten, war jetzt das HUS nicht unbedingt die Krankheit, die ich wirklich, wo ich richtig Bock drauf hatte, ich sage es mal so rum, bedingt dadurch, dass die Krankheit halt irgendwie, ja, konnte ich jetzt nicht viel mit anfangen, so. Und dann gab es einen Vorfall, das ist noch gar nicht so lange her, das Blöde ist bloß immer, ich sage das immer, weil ich das immer sage, vergehen die Jahre oder irgendwann ist es dann doch sehr lange her. Also ich würde behaupten, es ist 5, 6 Jahre her, gab es einen Vorfall in Deutschland, bei dem Menschen gestorben sind und zwar gab es eben genau dieses HUS, das Gasser-Syndrom in diesem Zusammenhang und zwar haben die Leute dort, ich glaube es war Salat gegessen und dieser Salat, der hatte so Keimlinge drauf, also so angewachsene Kerne und so Zeug und die waren quasi verseucht und daraus entwickelte sich dann bei den Patienten oder bei denen, die das gegessen haben, eben dieses HUS. Und das ist sogar für einige dieser Patienten tödlich verlaufen, deswegen gab es da so einen Riesenhype oder Riesenhype, aber zumindest hat man es in den Medien schon mitbekommen, denn die Frage, die sie stellte war, woher kommt das? Also man hat bloß gewusst, was die gegessen haben, also diesen Salat oder beziehungsweise welche Nahrungsmittel die zu sich genommen haben, jetzt hat man die Ursache, also die Quelle quasi gesucht und das war das große Problem und das hat eine ganze Zeit gedauert, bis man irgendwann auf diese Sprossen kam und diese Sojasprossen oder was das auch immer waren, Sonnenblumen, Keimlinge, irgendwie sowas und da ist man dann drauf gekommen, dass die eben mit diesen Keimen verseucht waren, sag ich jetzt mal, kontaminiert, das ist der professionellere Begriff, was dazu geführt hat, dass die Patienten krank wurden und einige sogar daran verstorben sind. Also das ist eine Sache, die wohl dann deswegen auch immer wieder vorkommt und das war ja jetzt der Haken im Prinzip oder der Aufhänger, das, warum in § 6, erstens mal tödlich verlaufend und zum zweiten natürlich die Infektionsketten. Also das nachzuvollziehen, wo kam der Erreger her, um dann eventuell andere zu schützen, indem man sie warnt, sagt, hey, pass auf, das muss aus dem Markt genommen werden, das darf man nicht verkaufen, nicht essen und natürlich auch, um die Infektionsquelle ausfindig zu machen. Also das ist der Hintergrund. Deswegen meldepflichtig, allein schon bei Verdacht. So, gucken wir mal rein, was es ist, hat irgendwas mit Verdauung zu tun, enteropathisch, hat schon mal damit was zu tun. Der bekannteste Vertreter von dieser Gruppe ist der EHEK. Es gibt noch den E-T-E-C und E-H-E-C, also gibt es Varianten, der EHEK ist der bekannteste. Und das ist quasi der, was man auch immer so ausspricht. Also man sagt in den wenigsten Fällen, oh, HUS, sondern man spricht immer von EHEK oder E-T-E-C oder sowas. Das ist die Abkürzung für den Erreger, denn HUS oder das HUS, das Homolytisch-Urämische Syndrom, ist quasi eine Folge der Infektion mit EHEK und ist eine Komplikationsform. Also das ist nicht sicher, dass wenn du dich mit EHEK infizierst oder E-T-E-C, dass es dann im Prinzip zu dem HUS kommt, zu diesem Glasser-Syndrom, sondern das ist eine Option und das ist natürlich eine blöde Option, weil das verläuft dann in vielen Fällen tödlich oder zumindest mit schwerwiegenden Komplikationen für dich in deinem Organismus, mit denen du dann später noch zu kämpfen hast. Also du kannst EHEK haben, das ist kein Problem und du kannst es überleben und da kann auch nichts passieren, aber wenn es blöd läuft, kriegt man halt eben dieses HUS. Grundsätzlich ist es ein Gram-negatives Stäbchenbakterium, das wird uns nachher noch beschäftigen. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das Video zu Gram-Positiv, Gram-Negativ schon gemacht. Wenn nicht, entschuldige ich das, dann wird das definitiv schon wollen, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es schon gemacht. Bildet ein Enterotoxin, also ein Toxin, das eben im Verdauungstrakt dann wirksam wird. Nicht pathogene Stämme davon leben in unserem Verdauungstrakt. Das heißt also, es gibt von diesem Escheria Coli, enteropathisch-hämolytisches Escheria Coli, das ist die Abkürzung dafür und das E-T-E-C ist enterotoxisches Escheria Coli. Diese Escheria Coli-Bakterien, Coli-Bakterien, wir kennen das, die liegen physiologisch auch in unserem Darm, sind aber halt andere Stämme. Da gibt es halt die, die E-HEC, E-T-E-C, die halt dann entsprechend für uns gefährlich sind und die uns dann auch wirklich massiv krank machen können oder sogar umbringen, wenn es blöd läuft. Andere Erreger können auch einen HUS verursachen, da gibt es andere dazu. Also wie gesagt, nochmal, es gibt mehrere Erreger, die das verursachen können. Das große Problem, das daraus entsteht, ist das HUS und das gucken wir uns dann auch nochmal genauer an, was da passiert. So, also das heißt, wir haben jetzt mal grundsätzlich, was das ist. HUS ist also quasi eine Komplikation einer enteropathischen Erkrankung, die auftreten kann. Es gibt verschiedene Erreger, in der Regel sind es eben gerade negative Stäbchenbakterien. E-H-E-C, enteropathisch-hermolytisches Ischeria coli. Also die ECs, die Ischeria colis sind die Vertreter, Regelgruppe, Vertreter, die dieses HUS-Gasser-Syndrom auslösen können, für die wir uns interessieren. Ich sage es gleich vorneweg, kommt nachher auf der Folie sowieso noch. Die stehen natürlich alle im Siebener. Ich denke, das ist klar. Also die, die jetzt dieses HUS oder bekannt dafür sind, dass sie das auslösen, E-H-E-C, E-T-E-C, die stehen natürlich alle im Siebener. Dort finden wir unsere Erreger. Heißt, und das ist das, was ihr tun müsst. Ihr müsst im Siebener-Paragrafen euch die Bakterien, die Erreger, die Viren, die Produktion angucken und müsst euch für alle diese mal rausschreiben, welche Krankheiten die verursachen. Und dann könnt ihr die eben zusammenfassen. Das heißt also, ihr könnt dann alle die, die eben dieses HUS machen, zum Beispiel zusammenfassen. Alle die, die eine Gastroenteritis machen, könnt ihr zusammenfassen. Und dann habt ihr da einen viel, viel besseren Überblick und habt das auch viel besser im Griff, diese ganzen Erregerchirren und Krankheiten auswendig zu lernen oder zu wissen. Auswendig wisst ihr ja, bin ich nicht immer so ein Freund von. Gut, wie sieht es aus? Verschiedene Erreger werden eben unterschieden. E-H-E-C, E-T-E-C und so weiter. Hier gibt es eben verschiedene Typen davon. Die können dann unterschiedlich in unserem Verdauungstrakt quasi ihr Unwesen treiben. Die einen sind einfach nur Pathogenen, heißt also für unseren Organismus grundsätzlich nicht gut. Dann gibt es die Enteropathogenen, die also im Verdauungstrakt eben Probleme bereiten. Enterotoxin bildende, im Verdauungstrakt Gifte bildende Erregerchen. Und Enteroinvasiv, das ist dann so die fieseste Form, also die invasiv in den Verdauungstrakt eingreifen. Und da gibt es eben Unterschiede. Da gibt es harmlosere Formen eben davon und eben, ja, wildere Formen, schlimmere Formen. Grundsätzlich kommen die alle in den Darm von Wiederkäuern vor. Also unsere Kühe, alles was für Wiederkäuer ist. Und da ist auch das große Problem im Endeffekt. Das heißt, deren Fäkalien, weil die scheiden mit ihrem Darminhalt, also mit ihrem Kot, den Kuhfladen, scheiden die quasi genau diese Erreger aus. Und das war auch damals das Problem mit diesen Keimlingen. Die wurden nämlich mit Kuh, Mist, Kuhkacke, wie auch immer, ich bin kein Bauer, kein Landwirt, ich bin kein, ich habe auch keinen grünen Daumen, ja, wurden die gedüngt. Oder irgendwie ist es halt passiert, dass Kuhkacke, auf gut Deutsch gesagt, auf diese Keimlinge drauf gespritzt ist. Die kann man natürlich schlecht waschen, ist klar, kann jeder nachvollziehen. Wer schon mal irgendwie so Kresse oder sowas hatte, ja, der weiß, dass das ganz schwierig ist, das irgendwie zu waschen. Das sind ja nur so kleine Fitzeldingerchen. Und deswegen sind die kontaminiert in die Nahrung gelangt. Wie diese Kuh-Exkremente jetzt auf diese Sprösslinge kamen, das weiß ich nicht. Da habe ich dann irgendwann den Faden verloren oder vielleicht wusste ich es damals, weiß es halt heute nicht mehr. Aber das war im Prinzip das Problem. Und das ist wirklich so eine Sache, wo man aufpassen muss, wenn man halt eben genau solche Produkte kauft. Das soll jetzt nicht abwertend sein, ja, nicht falsch verstehen. Also das hat nichts damit zu tun, dass ich nichts von Bio halte oder so. Aber das ist das Problem. Wir müssen halt uns eine Sorte an Handlungsanweisungen zurechtlegen. Also entweder ich nutze Gemüse und Obst, das im Gewächshaus gewachsen ist und nicht mit Fäkaldüngern gedüngt wurde, ich sage es jetzt mal so, dann kann ich das quasi auch fast ungewaschen verzehren. Wenn ich das nicht möchte und ich möchte einen Bio-Dünger haben, also irgendwie sowas wie, wie gesagt, Tierfäkalien, die man ja zum Düngen benutzt, das kennen wir alle, Güllefahnen und so weiter, dann muss ich natürlich dafür Sorge tragen, dass ich dann die Früchte, die ich da gewinne, den Salat, das Obst, was weiß ich, keine Ahnung, die Tomaten, dass ich die dann auch entsprechend reinige. Denn wenn ich natürlich jetzt diesen Kot von dem Darm, der Wiederkäuer, aufnehme, dann ist der eben mit genau diesen Erregern verseucht, ist es nur eine kleine Menge, tut es mir vielleicht auch gar nichts, außer dass ich vielleicht ein bisschen Durchfall bekomme. Aber wenn die Menge halt reicht oder ich eben sehr empfindlich bin in der Hinsicht, dann wird es problematisch und dann im schlimmsten Falle kann sich eben daraus ein Hust entwickeln, ein hemolytisch-urämisches Syndrom, was dann eventuell sogar, wenn es blöd läuft, und das ist gar nicht so ungewöhnlich, zum Tode führt. Gut, Übertragung, ich denke, das ist klar, direkte oder indirekte orale Aufnahme dieser Fäkalspuren, so wie wir es gesagt haben, also direkt wäre da wirklich Finger rein- und abschlecken, indirekt wäre dann eben so eine Geschichte zum Beispiel eben über andere Pflanzenbestandteile, gedüngte Strukturen, irgendwie, dass es halt da draufgespritzt ist, oder halt eben auch, natürlich kann ich das auch von einem anderen Menschen aufnehmen. Fäkalienverseuchtes Trink- oder Badewasser ist auch ein Problem, das heißt also, sollte jetzt solche Fäkalien eben ins Badewasser langen? Also, was haben wir da so für Vorstellungen? Ich versuche ja auch immer, realistische Szenarien zu bilden, damit man auch als Schüler nachvollziehen kann, so, ah, okay, ja klar, das ist, weil dieses Abstrakte, das finde ich immer so schwierig. Ja, Baggersee, große Klassiker natürlich, irgendwo draußen, Baggersee, der Landwirt fährt da vorbei, macht sein Feld mit Dünge, also fährt Gülle, wie man das bei uns so schön sagt, schüttet, ja, und spritzt halt das Zeug in den Baggersee rein, ja, dann hast du das halt da drin, wenn die Konzentration stimmt, hast du ein Problem. Oder Trinkwasser, das sollte natürlich nicht passieren, dass sowas ins Trinkwasser gerät, aber wir wissen alle, nach Überschwemmungen oder sowas kann das immer vorkommen, also das wäre dann so ein ganz normales Szenario, wo es dann eben auf Trinkwasser muss abgekocht werden, zum Beispiel kennen wir vielleicht, wer schon mal da aufgepasst hat, dass das dann im Radio gesagt wird oder im Fernsehen, dass in dem Hochwassergebiet eben das Trinkwasser momentan abgekocht werden muss, weil man eben damit rechnen muss, dass das halt damit verseucht ist. Gut, Inkubationszeit, also sprich, bis wann kann ich dann mit Symptomen rechnen, wenn ich die adäquate Menge der Erreger aufgenommen habe, drei bis vier Tage, es kann auch schon nach zwei Tagen losgehen oder bis zu zehn Tage dauern, das hängt jetzt vom Stamm ab, von der Menge, die ich aufnehme, von der Art und Weise, also wie viele es sind, dann natürlich von der, wie ist mein Immunsystem drauf, wie ist mein gesamtes darmstrukturelles System geschaffen, bin ich da leicht empfänglich für sowas, bin ich da eher so der Saumagen, sage ich es jetzt mal so, heißt also, hier gibt es sowas, aber wir sind schon relativ zügig, das heißt also, es gibt schon noch eine gewisse Nähe meiner Nahrungsaufnahme oder der Aufnahme dieser Keime zu den Effekten, die dann passieren, also da ist zumindest noch ein zeitlicher Zusammenhang gegeben. So, wie sieht es mit den Behandlungsverboten und den Meldepflichten aus? Ich habe es schon angesprochen, Behandlungsverboten natürlich 24, wir sind ja im Paragraf 6, ich denke, das ist logisch, da das Huss selber im 6er steht und die ganzen Erregerchen, die das Huss verursachen, im 7er. Also hier gibt es jetzt eine kleine Kontroverse zu den anderen Krankheiten, die wir vorhin hatten, also wenn wir uns jetzt die Hepatitiden anschauen, zum Beispiel, das war ja das A, das B, das C, das E-Virus und so weiter, die stehen alle separiert im 7er natürlich drin und beschreiben die Krankheit Hepatitis. Hier haben wir jetzt das Fuss im 6er als Komplikationsverlaufskomplikation und die Erregerchen, die das alles machen, stehen im 7er, also E-H-E-C, E-H-E-C, E-T-E-C und die müsst ihr euch raussuchen. Das ist eine Aufgabe, die über alles sich euch, das ist ein Job, den müsst ihr selber machen, nicht nur, weil ich VE bin, nein, das ist eine Dame, ich habe das schon gemacht, sondern ihr sollt das lernen und dann beschäftigt ihr euch damit. Und wenn ihr euch damit beschäftigt, werdet ihr ganz viele Sachen sehen, entdecken und finden, die auf einmal oder die vorher unschlüssig waren oder so viel waren, die jetzt auf einmal komprimierter sind, weil ihr eben genau diese ganzen Erregerchen dann zusammenfassen könnt. Gut, jetzt könnt ihr nachdenken. Klar, 6, 7, Verdacht, Erkrankung und Tod ist klar, aber jetzt denkt mal bitte nach. Wir haben einen, und so kann man sich das auch merken und draufkommen. Wir haben einen Erreger, fekalorale Schmierinfektion, Wasser, Trinkwasser, Badesee hatten wir als Infektionsquelle. Wir haben gesagt, auch direkt kann das übertragen werden, Nahrungsmittel können das übertragen. Aha, heißt also, wenn ich, wir haben auch gesagt, physiologisch leben die in meinem Darm, das heißt also eine andere Gruppe davon, nicht jetzt die, die mich krank machen, aber bedeutet, wenn ich mich jetzt damit infiziere, scheide ich die natürlich auch aus. Logischerweise, weil es ja über den Verdauungstrakt geht. Und somit wäre ich natürlich potenziell infektiös, wenn es eine Gefahr gäbe, dass jemand mit meinem Kot in Kontakt kommt. Und somit ist klar, dass ich zum Beispiel eben nicht mehr in Gemeinschaftseinrichtungen darf. Da geht es ja nicht nur um mich jetzt als erwachsener Mensch, weil ich jetzt Lehrer bin oder, keine Ahnung, was sagt man hier, Erzieher oder sowas, also Kindergarten, sondern da geht es auch um die Kinder. Denn hier ist eher das Problem, dass man halt sagt, Mensch, Kinder sind halt, was die Reinigkeit jetzt anbelangt, nach dem Toilettengang jetzt nicht unbedingt die Besten. Ja, ich möchte Ihnen gar nichts unterstellen, aber wir waren alle immer Kinder und wissen, wie das so läuft. Und deswegen ist hier die Übertragung einfach extrem hoch, die Gefahr der Übertragung. Und bei Tätigkeit und Beschäftigungsverbot, denke ich mal, ist auch klar, da geht es um Gastronomiebetriebe. Ich sollte mit so einer Krankheit nicht Koch sein oder halt im Service arbeiten, weil ich dann natürlich logischerweise eine hohe potenzielle Gefahr darstelle, alle meine Gäste mit dieser Krankheit zu infizieren. Gut, also ich denke, das ergibt sich aus der Sache heraus, ich finde es relativ logisch. So, wie ist es jetzt vom Verlauf her? Der Verlauf selber kann symptomfrei sein, nämlich genau dann, wenn ich diesen Erreger einfach so durchkriege. Also ich habe zu wenig aufgenommen, gar nicht so ein großes Problem, dann ist das im ersten Moment vielleicht gar nicht das große Problem, dass mir irgendwas auffällt. Ansonsten wird der Erreger oral aufgenommen und gelangt dann eben in den Darm. Und dort vermehrt er sich jetzt und bildet jetzt sein Problem. Wir denken nochmal dran, der war gerade negativ. Kommen wir gleich. Heißt nämlich, es kommt jetzt zu klassischer Gastroenteritis, Brechdurchfall. Auch hier habe ich ja schon mal angedeutet, dass bei allen Gastroenteritiden im Prinzip für uns ein Problem besteht. Wir haben das ja mit dem Paragraf 6, ich habe ja Infektionskrankheiten 1 und 2, da habe ich ja über die Paragrafen gesprochen. Und da haben wir ja schon gesagt, dass wir im Prinzip das Problem haben, dass wir kaum nachvollziehen können, oder eigentlich überhaupt nicht, welcher Erreger den Brechdurchfall macht. Und aus dem Grund, jede Symptomatik bei einem Patienten, die mit Brechdurchfall einhergeht, für uns automatisch bedeutet, dass wir mehr oder weniger ein Behandlungsverbot haben, weil wir eben keinen Erreger feststellen können. Kein Novo, keine Salmonellen, kein was weiß ich, Novo gleich, kein Rota, keine Ehek. Das ist genau das gleiche Problem. Heißt also, das wäre schon mal so wieder der erste Knackpunkt. Erreger dockt dann an die Darmzellen an und bildet jetzt ein zellzerstörendes Toxin. Und das ist das Böse an dem Ding. Novo, hast du ordentlich Brechdurchfallen, hält sich zwei, drei Tage, danach geht es dir wieder gut. Normalerweise, hier hast du jetzt das Problem, dass diese Erreger quasi Toxine bilden, als Ausscheidungen. Und die machen jetzt deine Darmzellen kaputt. Und das führt dazu, dass auch diese Darmepithelzellen zerstören, also dieses Toxin selber. Das macht jetzt dein Darmgewebe kaputt. Und jetzt kann dieses Gift auch in die Blutbahn eindringen. Und das ist das Gefährliche an der Geschichte. Das heißt, jetzt kann nämlich das Toxin durch diese kaputte Darmwand, die ja super durchblutet ist, denkt nochmal dran, Pfortader, Resorption der Nährstoffe. Und jetzt kann quasi dieses Toxin in diese Pfortader einbrechen und sich dann durch die Leber hindurch, durch unseren gesamten Organismus verteilen. Und das ist das, was diese Eheg-ETEC-Problematiken so gefährlich macht. Weil ich jetzt im Prinzip quasi so eine Arzepsis im Gesamtorganismus bekomme. Je nachdem, wo dieses Toxin halt wirkt. Und da gucken wir jetzt gleich, wo da die großen Probleme liegen. Denn es greift die Nerven und die Nierenzellen an. Und das ist auch das Problem gewesen bei den Patienten, die in den Eheg-Fällen da vor ein paar Jahren in Deutschland gestorben sind. Da haben die Nierenversagen bekommen. Das heißt, jetzt passiert es nämlich, dass das Toxin die Zellen der Glomerulis tötet. Die bluten jetzt natürlich dann auch, weil natürlich da die Gefäße einbrechen. Wir denken dann, Niere, Vars Aferens, Vars Eferens, Glomeruli. Das ist dieses Gefäßknäuel mit der Baumannschen Kapsel drumherum. Und durch dieses Blutgefäß fließt hier jetzt dieses Toxin hindurch. Und das macht jetzt dieses Glomeruli kaputt. Und jetzt kommt es zu Trombenbildungen. Wir haben wieder unseren Wirtschaftstrias, Veränderung der Fließgeschwindigkeit. Es bilden sich Tromben, es kommt zu Verwirbelungen, es kommt zu einer Veränderung der Blutzusammensetzung durch das Toxin. Und jetzt werden die Gerinnungsprozesse in Kraft gesetzt. Und jetzt gehen die Glomerulis zu. Und jetzt hat der Kreiser Nierenversagen. Das heißt, die Tromben werden dann eingeschwemmt und verschließen die Glomerulis. Jetzt kommt es zum Niereninfarkt oder Nierenversagen. Und daran wird der Patient, und so ist es auch in dem Fall gewesen, dann versterben. Das heißt, jetzt haben wir hier eine schwerwiegende Komplikation, einen wahnsinnig schweren Verlauf, den wir jetzt hier haben, der eben den Patienten mit Blödläuf dann in den meisten Fällen am Ende aus dem Leben schießt. Hus, wie gesagt, wie wir es schon hatten, ist die Komplikation einer Ehek-Infektion. Wenn du Glück hast und die Keime nicht zu viele waren und du riechst das gut weg, dann kann das sein, dass du die einfach mit Brechdurchfall ausscheidest aus deinem Organismus. Er holt sich wieder und alles ist gut. Wie gesagt, wenn es zu einer Komplikation kommt und das ist eine fiese, dann ist das das Hus, dieses hemolytisch-urämische Syndrom, Auflösen dieser Blutstrukturen und eben dieses Nierenversagen am Ende, wenn es dann blöd läuft. Genau. Das wäre so die Geschichte. Die könnte, wie gesagt, wie wir es auch schon hatten, andere Gastroenteritiden verursachen, muss man immer gucken, ist halt eine Komplikationsform davon. So, Differenzialdiagnostisch wird es jetzt schwierig, Gastroenteritiden. Wir haben es schon gesagt, also wir sind immer im Bereich, immer, könnt ihr euch merken, immer wenn es um Gastroenteritiden geht, dieser Brechdurchfall, wo sind wir eigentlich quasi schon raus. Ob es jetzt dann am Ende ein Ehek war, ein ETWC, Noro, Norwalk-Like, Rota, ist dann für uns eigentlich relativ irrelevant. Das, was die da haben wollen, ist quasi die Komplikation. Warum? Weil viele dieser Patienten natürlich, und das wisst ihr selber von euch vielleicht oder auch von mir, ich weiß es von mir zumindest, dass ich bei einer Gastroenteritis nicht sofort zum Dock renne, sondern Brechdurchfall kriege ich, ich bin konstituell jetzt nicht der Schlammste, das weiß ich, heißt aber, dass ich so einen Brechdurchfall auch relativ gut abkann, ich kann, ich habe ein bisschen was auf den Rippen, ich kann davon zehren und somit kriege ich das auch relativ gut alleine geregelt in den ersten paar Tagen. Und was eben dann genau das Problem darstellt, dass ich jetzt versuche, das selbst medikamentös zu regulieren, durch, was weiß ich, Zwieback, Cola, Salzsternium, ihr kennt die ganzen Hausmittelchen, vielleicht noch irgendwelche, was weiß ich, Imodium-Akut-Tablettchen oder so. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, was passiert. Das ist nämlich ganz entscheidend. Imodium-Akut ist ein Betäubungsmittel, beziehungsweise ein Präparat, das die glatte Muskulatur im Darm lähmt, das heißt keine Darmperistaltik, die Bakterien bleiben jetzt also vor Ort und das hört mal ein Durchfall auf. Das ist zwar zum einen keine schlechte Sache, weil ich dann nicht mehr quasi die ganze Zeit auf Toilette muss und Durchfall habe, ist aber in der Hinsicht eine schlechte Sache, weil genau diese Erreger dann natürlich dort vor Ort bleiben und weiter ihr Unwesen treiben können. Und das ist jetzt das Problem, dass jetzt im Prinzip der Patient irgendwann dann doch zu uns kommt oder sich mit uns in Verbindung setzt und uns eben erzählt, dass er schon seit mehreren Tagen massiven Brechdurchfall hat und es ihm jetzt eigentlich sogar richtig schlecht geht, weil jetzt nämlich das Nierenversagen langsam dazu kommt. Genau, also das ist das, was man sich hier im Prinzip immer vor Augen halten muss. Gut, wenn ich das durchgemacht habe, habe ich keine Immunität, ich habe keine Impfung, das funktioniert nicht, ich kann das also immer wieder bekommen, dieses Problem kann immer wieder bekommen und die Therapie erfolgt meist symptombezogen und nicht mit Antibiotikum. Warum? Wegen den Gram-negativen Bakterien. Ich habe am Anfang schon gesagt, wir kommen da wieder zurück. Ihr erinnert euch dran. Gram-negative Bakterien haben das Problem, dass auch die Zelltrümmer und der Inhalt des Bakteriums uns krank macht. Gram-positiv war der Effekt, das Bakterium macht uns krank. Wenn ich jetzt Antibiotikum gebe, bei einem Gram-positiven Erreger, zerstöre ich sehr schnell sehr viele Erreger. Den Patienten geht es sehr schnell sehr gut. Gram-negative Bakterien haben das Phänomen, dass wenn sie eben durch Antibiotikum zerstört werden, du oder der Patient im Prinzip das Problem hat, dass er erstmal kränker wird, weil die Zerfallsstoffe des Bakteriums eben toxisch sind. Und jetzt kommt genau das Problem. Würdest du so einem Patienten ein Antibiotikum verabreichen, würden die Bakterien, also die Ehek-Bakterien massiv zerfallen. Die Toxine würden noch massiver ausfallen, also auftreten. Somit würde sich die Darmschleimhaut noch mehr zerstören, noch mehr vergiftet werden und die Gefahr dieses Niereninfarkts wäre noch höher. Deswegen ist das das große Problem, dass man hier sehr vorsichtig und langsam sein muss und in dem Fall eben kein Antibiotikum geben darf. Zerfall der Bakterien würde zu einem extremen Toxinanstieg führen und den Verlauf der Krankheit natürlich massiv verschlechtern und nicht im positiven Sinne beeinflussen. Okay, das soll es zum Hust gewesen sein. Dazu haben wir jetzt alles erklärt. Ich denke, das sollte jeder nachvollziehen können, wo das Problem liegt. Lasst euch das nochmal durch den Kopf gehen. Denkt nochmal ein paar Minuten drüber nach. Auch über die Variante eben, wie stecke ich mich an. Dann heißt Risikopatienten, Risikopersonen, Landwirte, Leute, die eben mit Wiederkäuerfäkalien zu tun haben. Also der Knecht oder ich weiß nicht, ob es sowas heute noch gibt, aber der Landwirt definitiv. Die Landwirtin, die halt eben im Stall sauber macht und aus Versehen einen Spritzer ins Gesicht kriegt oder den Mund oder in die Finger oder sonst irgendwas. Dann natürlich Nahrungsmittel, die damit kontaminiert sind. Heißt also auch hier sich zu überlegen bei Patienten, die über solche Symptome klagen, mal nachfragen. Wie ernähren sie sich? Also jetzt nicht vegan oder sowas, sondern wo kommen ihre Produkte her? Holen sie die eben, was weiß ich, beim Landwirt ums Eck? Haben sie ein Selberfeld? Das gibt es auch, was weiß ich, so Schrebergärtchen oder sowas, die sich dann sogar wirklich Tierfäkalien, also Tierdünger holen, um das dann damit quasi biologisch zu düngen. Kann man machen, ist alles cool, aber dann müssen diese Sachen eben adäquat gewaschen werden. Um sie dann eben überhaupt verzehren zu können. Also da muss man immer so ein bisschen dran denken. Gut. Soll es für heute gewesen sein? Hust haben wir durch. Wir machen nächsten Sonntag weiter. Nächste Infektionskrankheit. Jetzt muss ich euch überlegen, was das nächste sein wird. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen, so wie ihr auch. Ihr könnt ja im Infektionsschutzgesetz nachschauen. Das, was nach Hust kommt, das ist das nächste Mal dran. Ich bedanke mich bei euch. Danke nochmal allen, die mich hier auch unterstützt haben, auch finanziell. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und eine ruhige Woche oder zumindest mal wieder einigermaßen normale Woche, so gut wie es geht. Bis nächsten Sonntag. Ich wünsche euch was. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020